Das Tor in der letzten Sekunde. Es war ein spannendes Match zwischen das Team Großfuß und das Team Kleinfuß. Es ist ein Unentschieden, es steht 1 zu 1. Das letzte Tor entscheidet. Dieser Elfmeter wird jetzt schwer zu halten. Tor! Tor! Bravo! Jetzt haben wir auch noch mal drauf. Also der Max hat einen Job im Zirkus angekommen und der muss jetzt sein Löwe. Wir werden gut trainieren. Nein, nein, fast. Applaus. Also der Max hat im Zoo einen Job aufgenommen und der trainiert jetzt ein Löwen. Super! 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 Also Paul und Lisa gehen auf den Rungenplatz und leider wissen sie nicht, was sie dort erwartet. Und dann gehen sie zum Riesenrad und schreien ein und los geht die Fahrt. stolz! Als willkommen, einen Verstand vom Straßen... Schatten zu einem schönen und mit dem runter cirsehen nicht. Das ist so verletzt. равно oder wie ich das denn auch nicht ausfühlt. Hast du... wirklich unser Wasser letypen oder 12in? Aber jetzt ist es mir��. Gut, danke schön, bravo. Frank geht durch den Bauch, dann kommen Vögel. Die Vögel schrücken Frank auf den Kopf, dann fliegen sie wieder nach vorne. Frank fängt plötzlich an zu schreien. Und dann fängt er auch noch an, sich zu drehen. Gut, bravo. Also, der Mann geht durch die Stadt. Und da findet er ein Karussell und er will Karussell fahren. Und dann steigt er auf ihn. Und dann geht los. Jawohl, bravo, super. Also, der Herr Mande, der hat auch mal gesagt, dass man da Autorinnen mitmachen kann und nachher wollte er gleich hin. Das Milchland. Jaden geht von euch. Und dann baut er nach außen. Dass er zu seiner Seinung kommt, muss er bei einem Wildrad vorbei. Und dann fängt er an. Ja, das ist gut. Und dann fängt er an. Passt, ok? Ok. Der Rudolf hat dann ein Auto. Und dann fängt er an. Und jetzt fängt er an. Und jetzt war es so ein Lebensmal mit dem Auto vor. Ok. Ok. Untertitelung des ZDF, 2020